Starten und willkommen zu Half-Life 1. Machen wir den Training-Room auch. Was ist Half-Life Uplink? Ich habe keine Ahnung. Will ich den Training-Room? Ach komm, warum nicht? Wenn schon, scheiße, richtig. Linkspfeil. Damit dreh ich mich. Wart mal kurz. Äh, wir haben hier nicht irgendwo... Äh, nee. Nee, okay. Hallo und willkommen auf dem Black-Media-Gefahr. Wenn Sie einen dieser Knöte sehen, drücken Sie ihn. Ich gehe doch mal rein und... Willkommen beim Schutzsystem HIV. Tutorial ist sehr wichtig. Ist mein erster Shooter. Aufnahme läuft alles, passt alles. Vielleicht, was weiß ich. Wird nur scheiße werden. Ich laufe einfach mal weiter. Zuhören muss man nicht. Zuhören muss man ja nicht. Ich gehe einfach mal durch. Ich, ich... Tutorial. Ah ja. Okay, natürlich. Ducken. Mein erster Shooter. Ich wusste nicht, dass man sich in den Spielen ducken kann. Aber glücklicherweise habe ich dieses Tutorial. Und... Das informiert mich. Ich höre auch sehr genau zu. Das schon dann, glaube ich, nicht ewig, oder? Hey. Darf ich auch. Danke. So, Havre 1. Habe ich vor Ewigkeit mal gespielt. Im zweiten Teil habe ich noch nie gespielt, weil... Der erste Teil war schon nicht so geil. Ich weiß auch nicht, warum ich den jetzt überhaupt spiele. Aber hey. Das hat ja sonst nichts zu tun. Leider entklettern. Ah Gott, Sprungphysik hat das hier auch noch, ne? Alles nicht später so total komische Sprunglevel, die alle so ein bisschen scheiße waren. Das ist wie verarschend. Soll ich nicht... Ja, soll ich nicht aufgepasst. Sprengesülle werde. Zeig mal hier. Hey? Das ist wie verarschend, oder was? Ich glaube, du hast das kaputt. Malu? Duckchamp? Das ergibt keinen Sinn bei dieser Leere. Hä? Duckchamp? Da gibt auch hier gar keinen Sinn. Das ist auch gar kein Duckchamp, das der macht. Ach, ich scheide am Tutorial. Ich hätte natürlich auch zuhören können, aber dann müsste ich ja zuhören. Das Ding davon habe ich mitgenommen, oder? Für lange Sprünge benötigen Sie ein eigenes Lademodul, eines wie das hier. Ducken-Taste? Sie aktivieren den langen Sprung... Da fuck, was ist das denn für ein Glück? Das war prima. Da fuck. Brauchen wir das irgendwann mal im Spiel? Ich glaube nicht. Das ist ja völliger Unsinn. Das ist ja so ein Überbleibsel aus der Quake-Engine, die die Quake-Engine hatte. So was ist, oder? Die Quake-Engine, ich, äh, ne bewegende, äh... Arm. Arm. Bewegende Skybox und Half-Life 1 hatte ich das nicht mehr, weil sie das irgendwie rausgeworfen haben. Irgendwie sowas war doch da. Oder sie es nicht übernommen haben, oder keine Ahnung. Das weiß ich, was die mit der Quake-Engine gemacht haben. Gehen Sie zum Steuerrad und drücken die Benutzen-Taste. Äh... Passt so. Wie wäre... Fantastisch! Was? Quake-Engine? Hatte keinen Duck-Charm, ne? Manchmal brauchen Sie mehr als nur Ihren Anzug, um aus einer gefährlichen Lage wieder herauszufinden. Ja, da war die Skybox, bin ich mir zumindest sicher. Was ist das Tutorial umständlich? Äh... Also, benutzen. Ich benutze dich, du schmutzige Kiste. Ah. Aufspiele ich dieses Tutorial? Muss man überhaupt irgendwann mal im Hauptspiel Kisten verschieben? Oder ist das ein Tutorial-Ding? Ja, ich habe die Brechstange. Oh, man muss wirklich crouchen, um das Ding kaputt zu schlagen. Hallo. Das ist auch eine. Ich kann den Gang entlang laufen. Ich bin schon ziemlich gut. Gott, wie lange ist dieses Tutorial? Willkommen im Schießstand und um. Na endlich. Das machen wir hier. Hallo. Oh. Können wir nicht hier auch... Ach ne, Moment, das war es später. Das ist nur hologrammisch. Ich kann mich selbst töten. Oh ja, ich muss mal irgendwann wegen dem Tablet gucken. Oh, überlegt euch mal einfach, ob meine richtige Webcam kommen soll. Ach so, Unbreakable. Ja, lesen ist nicht so meine Stärke. Lesen kann ich nicht. Warum nicht? Ich bin YouTuber, muss man das nicht können. Uff, ist das umständlich. Warum spiele ich dieses Tutorial? Warum spiele ich das Tutorial jetzt überhaupt? Ja. Oh, lebe ich mich aber ins Bett. So. Wie im echten Leben. Ah, ich stelle mir gleich noch ein Tutorial. Ah, es gibt Heilung im Tutorial. Wie geht's euch so? Ne. Das hat ja noch diese ganzen 2000 Ladedinger, weil... Ich glaube, das ist noch was 98. Schwierig alles. Ja, hallo. Natürlich. Ja, lass mich hier raus. Ja und? Bloß weil die Waffe streut, heißt das ja nicht, dass du nicht auf Zielscheiben damit schießen kannst. Also ich bitte dich. Das ist besonders gut Zielscheiben, weil du es ja viel von der Zielscheibe triffst mit einem. Maschinenpistole. Schrägschläg-Granatwaffe. Ach, hier kann ich ihn schießen. Ach ja, jetzt gehen wir ganz total in der Lachen los. Lassen wir die Scheiße. Können wir nicht diese Dinger kaputt machen? Hm, kannst du die irgendwie hier nicht? Ganz schlecht. Ganz schlecht. Egalität hier alles. Äh, was soll ich folgen? Äh. Ich sollte eben irgendwann folgen. Klar, ich komm mit. Achso, okay. Äh. 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 Ja, die Steuerung hängt ja davon ab, wie gut du das Ding festhalten kannst, ne? Ich mein... Geben wir hier mal Vollgas. Wir brauchen nicht an den Bedienelementen zu bleiben. Wir haben den Gefahrenkurs von Black Mesa erfolgreich abgeschlossen. Sie sind jetzt berechtigt, den Schutzanzug HEV Mark IV uneingeschränkt. Ja, dann sprich halt nicht zu Ende. Muss ja auch nicht sein. So, das war Half-Life 1. Schönes Spiel, bisschen kurz, aber egal. Äh. Ich hab noch mein Fadenkreuz in der Sonne. Dieser automatische Zug dient der Sicherheit und der Bequemlichkeit des Personals dieser Forschungsanstalt. Es ist 8.47 Uhr. Die Temperatur an der Oberfläche beträgt 31 Grad. Uff. Viel zu heiß. Boah. Im Black Mesa-Komplex wird die Temperatur ständig auf angenehmen 22 Grad gehalten. In Radio Casali war das nicht auch ein Typ, der am Plutonia-Projekt mitgearbeitet hat? Irgendeiner der Mieterbeiter wartet auf jeden Fall. Man fährt zu den festen Labors und den Kontrollräumen in Sektor C. Sollte Ihr Ziel ein Hochsicherheitstrakt hinter Sektor C sein, so müssen Sie zum zentralen Transitkreuz in Trakt 9 zurückkehren und von dort aus einen Hochsicherheitszug nehmen. Man merkt übrigens, dass es ... 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 Anmerken ist definitiv keine deutsche Anlage. Hier fehlen überall die Sicherheitsgeländer. Berufsgenossenschaft sagt nein oder so. Leiderzeiten sind angenehm kurz. Ausgrund der hochgiftigen Materialien, die im Black Mesa-Komplex verarbeitet werden, ist es innerhalb des Transitsystems nicht gestattet zu rauchen, zu essen oder zu trinken. Ich bin mir nicht sicher, ob MP3-Volumen die Sprachausgabe ist. Bitte halten Sie Ihre Arme und Beine stets innerhalb des Zuges. Versuchen Sie nicht die Türen des Zuges zu öffnen, bevor dieser an einer Haltestelle zum völligen Stillstand gekommen ist. Da ist gar kein Glas drin, oder? Wenn Sie in der Aufwand treten, werden die Passagiere gebeten, sitzen zu bleiben und auf weitere Anweisungen zu warten. Falls ein Verlangen des Zuges unumgänglich sein sollte, bitte verletzte Personen zuerst evakuieren. Bitte halten Sie Abstand zu den Schienen, da diese unter Strom stehen. Begeben Sie sich zu einer Notfallstation, bis Hilfe eintritt. Dann setzen wir uns halt hin. Behindern wir erst bei den Behinderten. Immer die richtige Entscheidung. Ich kann mich nicht sitzen, ich kann mich nur so hinhocken. In die Hocke gehen kann ich. Aber sitzen kann ich gar nicht. Außerdem habe ich das Gefühl, hier sind keine Glasscheiben drin. So sauber wird Glas nicht. Als Deutscher erscheint mir diese Anlage nicht sicher. Soll das Teppich sein, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Auch hier sind nirgendwo Geländer. Das kann gar nicht sicher sein. Das kann gar nicht sicher sein. Direkt mal Zoom machen diese Anlage. Okay. Ach ja. Ah ja. Oh ja. Das ist der Rot aus der alten Rechner von 98, aber noch älter. So richtig lange Leihzeiten ist es auch. Irgend ein kurzer Typ, der bestimmt keine Bedeutung hat. Das hier ist auch nicht sicher, hallo? Hier arbeiten auch nur Amateure in dieser Anlage, oder? Deswegen arbeite ich da, jetzt verstehe ich. Das ergibt Sinn. Hier arbeiten nur Puscher, deswegen arbeite ich hier. Das ergibt Sinn. So darf ich jetzt mal aussteigen? Nein. Nein. Bevor Sie den Zug verlassen, vergewissern Sie sich bitte, dass Sie nichts vergessen haben. Falsch. Um den Zug richtig zu verlassen, drückt man sich möglichst stark an allen vorbei, zum Ausgang. Und Leute, die den Zug betreten wollen, versuchen sich durch die Einsteigenden zu pressen, ohne Rücksicht auf Verluste. Wer stirbt beim Ein- oder Aussteigen selbst schuld. Zugfahren ist nichts für Schwache. Ich mache die Tür auf und glotze mich nicht an. Kann das sein? Ja, ok. Ich werde ein bisschen vorsichtig sein, wo ich hier reinhübe, ok? Bis später, ich gebe ein Bier aus. Aha, aha, ja doch. Hauptsache es ist gratis. Anomale Materialien. Oh ja. Materialien. Und ja, die Source Engine, Gold Source Engine. Hey, Gordon. Ich hatte hier eine ganze Reihe Nachrichten. Das ist auf Quake 1. Aber vor ungefähr 20 Minuten hatten wir hier ein Systemabsturzen. Ich versuche immer noch meine Dateien wieder zu finden. Ist mal wieder so ein Tag, den man besser aus dem Kalender streicht. Im Test haben wir zwar auch Probleme gegeben, aber das ist glaube ich inzwischen wieder in Ordnung. Du sollst auf jeden Fall presto runterkommen, sobald du deinen Schutz anzuhalten hast. Ja schon. Typ, den ich nicht kenne. Gut, dann gehen wir mal den Schutzanzug holen. Äh, da lang glaube ich. Ich habe nicht aufgepasst, was diese Farben sagen sollen. Hallo, Freeman. Schön, Sie zu sehen. Ja, ich finde es auch immer schön, mich zu sehen. No Smoking Area. Ja, perfekt. Schön, Sie zu sehen. Ja. Jeder freut sich, mich zu sehen. Lassen Sie mich in Ruhe, bis das Experiment abgeschlossen ist. Ja nicht, den mag ich nicht. Ich darf nicht vergessen, diese Fluktuation zu melden. Was tun Sie da? Mag dich halt nicht. Wer sich nicht freut mich zu sehen, der hat auch nicht verdient das. Wobei, was habe ich da überhaupt eingestellt, dass das so explodiert ist? Ich meine, was war da drin und was ist das für eine Mikrowelle, dass das geht? Also ich weiß, dass man kein Ei in eine Mikrowelle tun sollte. Das ist keine gute Idee. Aber, das sah nicht aus wie Ei. Mein Gott, ist ja Audio schlecht. Ja, keine Ahnung. Steht da irgendwo? Audio Sound Quality High. Impact Layer 3, ja. Ja, das ist halt das Spiel das Original von 98. Und basiert auf der Quake 1 Engine. Ja, alles sieht korrekt aus. Das sind hier glaube ich die Mitarbeiter oder Teile der Mitarbeiter. Ich weiß nicht mehr, war das Kasali? Der hat vorher an Plutonia Projekt gearbeitet, wie gesagt. Alles wieder besetzt hier. Der ist halt von 98 und auf Basis der Quake 1 Engine. Was erwartest du jetzt? Das ist jetzt nicht so, dass die Quake 1 Engine so viel konnte. Auch wenn sie stark überarbeitet wurde. So, ich habe Anzug. Und jetzt muss ich da sein? Ich glaube ich muss jetzt da sein, oder? Ja. Nein, also das ist die Gold Source Engine, die basiert auf der Half-Life 1 Engine. Die haben natürlich Teile davon überarbeitet. Aber es passiert original auf der Half-Life 1 Engine.